Drei Wünsche, um genau zu sein. Und das Wünschen weiterer Wünsche ist nicht wünschenswert. Nur drei. Drei. Oh, no, los, preis. Zu riesigen Nebenwirkungen fragen Sie einen kaltigen Apotheker. Das kann nur ein Traum sein. Meister, ich glaub, du begreifst nicht, mit wem du's hier zu tun hast. Also mach dir's bequem, damit dieses Wehm etwas Licht in die Sache bringt. Der Alibaba hatte Räuber und Scherer-Sade hatte Märchen-Dicke. Doch Meister, Ärmel hoch, jetzt geht es rund. Mit meinem Zauber kannst du jeden Trick. Du bist jetzt Schwergewicht im Wunschverein. Du hast ein regelrechtes Arsenal. Du hast jetzt Feuer. Fjammel. Schmied. Hau rein, halt nur die Lampen und ich komm nochmal. Dann sag ich. Mein Meister, allerdings, Sie wünschen bitte sehr. Die Bestellung, wei, tut's wie zu fort. Ist nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. Wer wird denn hungrig sein? Ich bin ja immer hier. Ich flüster mir nur was ins Öhrchen rein. Ist nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. Doch, doch, die Kunden sind uns heilig. Du bist König Kaiserschar. Der Boss bist du. Ich hör schon zu. In der Zwischenzeit mehr Baklava. Nimm was vom A-Menü. Doch B empfehle ich dir. Mensch, alter Tau ist nun pack schon aus. Nun kleine Freundschaftsdienst von mir. Ich wünsche dir mal dies. Ich wünsche dir mal das. Ich wünsche dir Magie. Und ihm übermaß. Ich wünsche dir mal Feuer. Na, sieh mal an. Ich wünsche dir mal Abracadabra. Fetzen fliehen. Und auf einmal sind sie nicht mehr da. Mensch, Junge, guck nicht so was. Hast du bloß. Deine Gebete wurden doch erhört. Mann, du ziehst mit mir das große los. Du hast den Flaschengeist wie sich gehört. Ich bin so scharf darauf, dir beizustehen. Also hör ich auf jedes kleine Wort. Und ist die Liste lang. Schon wirst du sehen. Halbst du die Lampfer, dann bin ich sofort vor Ort. Mein Meister Aladin. Drei Wünsche gönn ich dir. Gleich wirst du reich. Nun wird nicht weich. Es ist nur ein kleiner Freundschaftsdienst. Kleiner Freundschaftsdienst. Es ist nur ein kleiner Freundschaftsdienst. Es ist nur ein kleiner Freundschaftsdienst von mir. Ja.